UNTERTITELUNG Ja Okay Was ist jetzt? Was ist jetzt? Warte Okay Zweite Reihe von oben Dort, die rechte Seite Nein, rechte Seite Elad, rechte Seite, okay? Rechte Seite Das ist meine rechte Seite Okay, deine linke Seite, meine rechte Seite, okay? Zweite Reihe von oben Die dünne goldene Diese hier? Ist das Gold? Ist das Gold, Elad? Das ist Gold Elad, ich frage dich, ist das Gold? Das ist Gold Okay, nein, es ist nicht Gold, okay? Elad, es ist nicht Gold Warte Jetzt zwei Halsketten weiter rechts Ja, die Baruch Hashem Wie viel? Wie viel? Ja, genau die 380 Na ja, sagen wir 350 Was? 350 Was? Ist der verrückt? Okay Okay, okay Dann sag ihm 320 Okay? 320 320 320, ja Ich denke, das ist ein guter Preis Niemals Sag ihm 200 200 200 Nein, 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 nein Okay Sagen Sie ihm 300 Das ist mein letztes Angebot Sehr guter, sehr guter Preis Bestes Angebot Okay? Hast du das gehört? Ja, hab ich, Elad Ich hab's gehört Okay, das ist nicht für meine Frau Es ist für meine Tochter Es ist für seine Tochter Hahaha, für seine Tochter Also sag ihm Sie kostet 350 Okay? Hey, hey Was? Was ist der Problem, verdammt? Was? Denkst du, ich bin Rotschild? Na komm schon Ich hab vier Kinder, okay? Ich bin nur ein Soldat Okay, okay Du bist ein armer Soldat Okay Ich mach dir einen Spezialpreis 290, okay? Vergiss es 220 Mehr nicht Woah, 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 hey Das verkauf ich sie dir gar nicht Vergiss es Hey, komm schon Sei nicht so geizig Was? Okay, okay Ich geb dir 250 Ja! Was ist alles hier los? Entschuldigung, Sir Entschuldigung Ist die für deine Tochter? Ja, es ist für ihre Bad Mitzvah Dann sei mal großzügig Jude Das ist ja wichtigster Tag Wie viele Leute wollt ihr feiern? Etwa 50 50 für eine Bad Mitzvah? Ja Wir hatten 180 bei Nurit Okay, ich hab vier Mädchen, mein Freund Na und? Glaubst du nicht daran? Das hat einen höheren Sinn Ja Aber Gott zählt die Gäste nicht Gott zählt alles Achtung Panzer Einhalt Wir haben ihn verloren Der Beschubel ist in ein Zuhause geflohen Achtung Bereitschaft auf dem Dach Bereitschaft auf dem Dach Mein Sohn Fuck Ey, bleib stehen Freeze Frieda, mein Sohn Bitte haben keine Angst Nimm die Hände hoch Ich stebe auf dich Nimm die Hände hoch Nimm die Hände hoch Denn ich bin gewiss Das Weder Leben noch Tod Weder Engel noch Dämonen Leg das Kreuz runter Und nimm die Hände hoch Weder die Gegenwart noch Die Zukunft Noch jeden eine Kreatur Wird es schaffen Uns zu verbieten Unser aller Liebe zu Gott Hörst du mich? Hörst du mich? Ja, ich höre dich Keine Sorge Okay, okay Alles okay Wir brauchen einen Arzt Ein Jerusalem Syndrom Von hier Friede wird kommen Hier ist der Schoß des Universums Denn hier Sterbe ich Lasst uns nicht hoffen Lasst uns glauben Nicht hoffen Seid echt Tut das Richtige Okay Du hast recht, mein Freund Putz dich Du hast recht, mein Freund Seid echt Das ist Ja, ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020